Lennart muss da sein. Ja ne, ich darf keine Raketen haben, ähm, machen, aber Lennart darf. Der hat sich ja schon von Julian geklaut, als er diese Raketen gebaut hat. Ja, Alter, ich hatte voll die geile Maschine gebaut und der klaut alle meine Raketen, ey. Nein, nur die Hälfte. Ja, geil, ich hab überlegt. Lennart! Nein, ich bin drunter gefallen. Ah ja, Lennart und zweitens Leon, ne? Lennart darf das, weil erstens er ist ohne und zweitens ist er mehr sympathischer als du, weil er ja nicht dauernd rollt. Ist ebenso. Ach, Tronolol. Ja, ist so. Oh mein Gott, wir beide auf mich schießen. Oh mein Gott, ist das Scham. Ach, komm, voll leer. Nein! Alter, wie ich fast kein Leben mehr hab. Oh, ist das Schiel. Äh. Ist das Schiel? Ach, gut. Ist das Schiel. Fuck. No, der hat sich überlebt. No, jetzt hab ich dich hier abgeschossen, ey, sorry. Oh, no, sorry. Ey, Alter. Ja? Ich bin doch nicht auf dem Block drauf, ne? Ja, also... Wie ich fast kein Leben hasst, das Schiel. Ach, gut. Nein! Boah, ist klar, Leon. Lol. Lol, ja, endlich. Nein, aber das dauert noch zehn Stunden oder so. Ja, scheiß drauf, das wird lol. Ja, ist voll fun. Wir beide gleichzeit runtergefliegt. So geil. Ja, lol, lol. Oh mein Gott, wir haben es abschießen. Ey, Alter, hat mir auch mit Dauer zu schlagen, Junge. Leute, ihr könnt euch bitte töten. Ich will mein Schwert neu machen. Nein, wir töten mich nicht. Wir töten mich nicht. Okay. Okay, dann mach ich nie wieder gleich hier. Da krieg ich mega viel abgezogen, weil ich mach nie... Okay, dann lassen wir den. Dann träumen wir dich einfach nicht. Dann träumen wir dich einfach in Abständen, sodass du wieder geregelt hast. Haben wir eigentlich auf P-School? Ja, nee, wir haben ja auf P-School. Wir haben nicht auf P-School. Gut, dass mein Bogen ist noch mehr als halb voll. Schau. Neu? Achso. Ich kann ja nicht, doch, ich kann auch den Kompass benutzen. Ey, der will. Gut, da unten unten. Komm, Julian, du schaffst das. Alter, was sagst du dem auch noch, dass ich da oben bin, Alter? Hallo, ich hab dir nichts gesagt. Ja, aber du... Alter, das war fast klar, wenn du mich anfeuerst, Junge. Ja, ich hätte dir gedacht, dass so ein Noob wie der sich nicht getroffen hätte. Ja, Alter, weißt du, wie gut er zielen kann? Ah ja, und übrigens, ne, weil du hast gesagt, dass ich mich runtergefallen. Ne, bin ich eigentlich nicht, aber ich war nun. Boah, Leon, ey. Ja, Hauptsache Leon sagt die ganze Zeit, lass mal nicht mehr trollen und selbst macht er die ganze Zeit weiter. Was hat denn gesagt, der ist, der war, hat sich gerade die P-School? Doch, du hast gesagt, war das voll dumm, wenn wir hier die ganze Zeit rumfohlen. Hatte ich, dann wird mich auch wieder zu trollen, ne? Äh, äh, man hat jetzt umgekehrt. Hab ich gerade Probleme oder hat Leon gerade in der Probleme, Lennart? Das kann zu beurteilen. Ich hab keine. Bei mir bist du so, bei mir bist du so kröhn. Ja. Ja. Hab ich hinterher das Problem gelernt? Lennart, hallo. Hallo, Lennart. Ich laden mir gerade nur was runter. Lennart, guck mal, wo, ne, ich bin genau über dir. Nein, ich bin runtergefallen. Ach ja, kein Linderdienst. Möchte ich nicht runterschießen. Sinnlos feile verschieben. Lennart, Lennart, Loll. Hier ist mir runtergelaufen. Alter, komm, passt, der wird hier. Lennart, Lennart, darfst du nicht. Lennart, darf Lennart auch immer. Nein, mach ich gar nicht. Ich hab das gerade eben einmal gemacht. Er ist so, Lennart, Lennart nicht machen. Hier und so. Nicht dem bösen Bubenspiel. Ja, ich hab nur, wenn ich Bruderfalle gehe zum Anfang. Oh, danke, Lennart. Bin ich getroffen? Oh, Lennart. Ist auch unter? Nein! Komm, ich hab ne Idee. Ich lass jetzt auch mein Essen weg. Dann, ähm, ähm, dann verlier ich Hunger. Und dann, ja, dann kannst du dir bald ein neues Schwert machen. Alter, das ist so ne dumme Taktik, ne? Okay, ich hab kein Dierschwert. Warte? Ich verstehe nicht. Das ist so ne dumme Taktik, Alter. Nein, das darfst, nee, wir sagen einfach, du darfst dir kein neues Schwert machen, außer wenn du durch irgendwas richtig stirbst. Weil das Unfair. Also durch euch. Ja, oder wenn ich, ähm, falls... In der Stage sterben, meine ich. Da, wenn du dein Schwert einfach verbrauchst, können wir ja nichts für euch. Also unter, ja. Julian, guck mal. Oh, Mann, die ist zum Feuer. Aber wenn ich, äh, wenn ich den, wenn ich kann essen, achte, oh, bist du, schieß ich mal unter. Äh, wenn... Lennart, ich beschütz mich. Nein! Runterfällt mich. Sterbe. Oh, ich versteh grad kein Wort. Sterbe, dann ist der durch richtige Saft. Nein, weil du es ja extra machst. Und das wissen wir ja jetzt. Also von daher zählt's nicht mehr. Jetzt darfst dir kein neues Schwert machen, wenn du runterfällst. Ach, das zählt. Nein, darfst du nicht. Doch, das... Wenn ich verprägt habe. Nö. Darfst du nicht, weil du es ja jetzt gesagt hast. Du darfst dir kein neues Schwert machen, wenn du beim Trollen das verschwendest. Ist eben so. Wenn ich mehr was? Beim Trollen das verschwendest. Ja, okay, wenn ich mehr... Julia, aber wenn du jetzt mal essen wiederhole, und das ist auch erst so, wenn ich Hunger habe. Darf ich dann ein neues Schwert machen, wenn ich... Ja, aber nur, wenn du nicht... Aber nur, wenn du jetzt nicht ehrlich versuchst zu sterben. Das wäre und wäre das ein bisschen scheiße. Nö. Doch, klar. Aber dann will ich mal da rum. Ich meine, du bist bisher sowieso noch nicht gestorben. Guck mal. Julian, der Bettner hat die beste Trollposition, weil... Wenn man dann da runterfällt, äh, wenn man alleine da oben ist, wenn man dann, ähm, links, wenn man da, ähm, über die anderen runterschießen kann. Das ist eigentlich die beste Trollposition. Oh, du darfst ja alle Sachen machen, weil mein Bogen ist auch schon halb schwer. Okay. Loll. Ich muss verschwinden und... Muss verschwinden. Nein, ich. 49-Mail-Nor. Sklern. Und auch, ich leide, zweimal, ¿verlangen態. Bl Verfahren, habe man da gesagt? Alright. Er hat mir nicht öfter passiert, ja. ich bin von vorne gekommen dann aber sie geht ab jetzt nicht mehr hier nicht mehr machen nicht er hat er in der Art Nürnberg in der Stadt ist in der Unruhe oder ein anderer muss konnte vielleicht sein weil wegen dir leck der Anruf bei mir zumindest bei mir auch ein bisschen du mach mal so der Lecker in der Art und das war es bei mir auch das kann die Anruhe so gut wie er die Aktion schweiß ja Lennart ehrlich mal oder Lennart muss die Aktion nein oder ich äh erlauben nur dich an nein lehrt muss ja weiter okay wartet ich oder soll ich jetzt Aufnahme kurz stoppen ich hab ganz kurz die Aufnahme wir rufen noch mal an wir hatten wir da auf Aufnahme Aufnahme okay also ich hab jetzt ein halb der Herzen verloren und Lennart muss runter leider ich weiß das ist das sind schwere Zeiten oh mein Gott scheiße oh mein Gott ich hab ne Idee ich troll euch jetzt nicht mehr dann verliert ihr mich auch kein Leben dann dürft ihr eure Bögen und so wenn die kaputt ja alter weißt du wie grün das alles noch ist ich musste ja ich bin hier da und gestorben von daher also wenn ich bin ja normal gestorben dann dürfte ich mir den neu machen jetzt alle noch äh Alter deine Sachen sind ja fast äh ja ich weiß deine Sachen sind ja fast warte ich mach mal kurz außer mein Helm von Lennart und Lennart ist eigentlich auch alles normal also ja ist so und Sina guck mal bei mir was ist das für ein Scheiß was du hier machst Julian guck mal kurz bei mir warum Lennart redet Lennart nicht Julian mach mal kurz bei mir ins Team guck mal wie schrott meine Sachen sind du hast mich aber jetzt nicht jetzt nicht runterschlagen nein mach ich nicht mach ich nicht ich bin die Axt auf dem Boden guck mal lol Alter ich werde es ja rot ja ich weiß guck mal ja ich bin ähm kein Loll Lennart nein nein Lärd 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 mach das weg Alter stopp leer und nicht runterschlagen jetzt krass stopp nein warte ja mach ich es weg nein warte muss er nicht machen mache ich wenn der mich jetzt runter schlägt dann gibt es sowas von Trollposition läuft ja Obsidian Alter Obsidian Junge Obsidian Boden nein kein Lava Junge wir haben keinen Bock da und zu sterben macht euch das Wasser weg Julian ja mach ich er ist so wirklich ach warte das muss doch nicht sein warte wo ich jetzt hier ist hier ist mach hier an der Seite mal das Glas auf dem Boden weg Alter cool ich habe jetzt schon drei ich habe jetzt ich habe jetzt schon dreieinhalb Herzen weg das wird immer mehr das finde ich cool dann kann ich meine Sachen wieder erneuern aber Julian mach mal den Wasserboden weg dann verlippst du da keine Herzen beim runterfallen ja geil lassen wir das doch einfach nein ja okay dann springe ich extra nur ähm bei den Betten runter wenn ich da mal ein bisschen weg ja ist so Leon du darfst dir kein neues Schwert machen wenn du extra stirbst nein ich war's ich mach das nicht extra das wäre dumm oh man voll dumm ey hier steinpodest wieso habe ich nicht gemacht ich fahre hier auch immer ja dann kannst du das Glas am Anfang auch weg machen äh ich hab's nicht dahin gemacht dann mach du mal weg warte ich hol mir eine Holzachs wenn irgendwas fail ist dann mach ich das schon mal das nur jetzt mach ich kurz das Glas weg die steinaxt das letzte 0 Holzachs wenn du Lennart erheben ja von hier aus ergeben anders ja ich hab's auch gesehen warte mal kurz hätte eine bessere Idee warte ich muss kurz ein Befehl an geben nicht runterschießen oder so ja ich hab's grad weggemacht unten ähm da hin da hin Leute wieso ist er auf einmal abgab guck mal ich schieß den ab der Pfeil ähm gleich ähm fliegt grad zu dem hin und Leute ich hab hier eine halbe Herzen von mir was ist Lennart 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 boah du kleiner Spacken ey ja als du gesagt hast da hab ich's gesehen das war ich nicht ey das war ich nicht Alter das war ich nicht und das war Lennart na dann ist ähm dann war es eigentlich Lennart schuld weil dadurch hab ich gesehen dadurch wusste ich irgendwas ähm ich bin auf K wie soll das meine Schuld sein ja du hast gesagt und dadurch und Lennart dachte ich das wäre gewesen wäre und dann hat er mich gesehen Julian was cool ist ich äh Lennart stand da grad ähm äh 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 und dann ähm ich hab nämlich den Fall äh den Fall geschossen dann ist der Fall dahin geblieben also hingeflogen 8,8 mit 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 8,8 schon mhm also theoretisch wäre es ein Zettel von Deutschland aber da Deutschland ja nicht nur in Deutschland hätte er Deutschland nicht wie kann ich nur in Deutschland gespielt hat an da mein Gott ja nicht nur in Deutschland gespielt wird schätze cool ich habe ja auch vier Leben und Leute waren oh ich dachte ich getroffen ja hast du hä bist du runtergefallen lol kacke Alter ich hab noch ein halb Leben ein Leben oh ich hab noch ein Leben ja dann mach mal Slash hier nur 137 nein darfst du nicht wir haben wir haben eben gesagt kein Heal haben wir eben gesagt haben wir gar nicht gesagt alter natürlich ich hab das gesagt ey Lennart Lennart du kleiner Mann ich darf jetzt aber ich darf jetzt aber ähm hoch fliegen und ähm mich runter werfen hä wie nein warum doch mit dem Falle nö wir haben ganz normale Sachen nein ich hab eben gesagt wir machen kein ähm Slash Heal mehr und dann er habt ihr nicht Leon red ich weil du Slash Heal gemacht hast ey ich hab dich gar nicht geheilt wirklich nicht ich war immer noch weg Mann roll ich bin 40 ich bin ungefähr 40 0 ähm okay jetzt springe ich mal ein bisschen höher runter weil ich hab grad zwei Lebrillons bitte geändert okay boom okay jetzt hab ich sechs Leben weniger äh vier Leben weniger aber keiner macht Slash Heal keiner bei keinem und Lilian danke danke ey wir haben gesagt kein Slash Heal nein das haben wir gar nicht gesagt okay aber ab jetzt zweitens darfst du hier extra killen nein du darfst hier nicht extra killen ich werde das unter ich werde das unterbieten nein ja okay also ähm machen wir dann kein Slash Heal mehr nö also Slash Heal machen wir ja oder nein ja ja Slash Heal ist erlaubt und Lerner hat sich da geläftet ich darf bestimmt seine ähm seinen Dings aufnehmen ja überhaupt warum ist Lerner geläftet keine Ahnung ich nehme jetzt seinen Bogen auf oh cool ich bin doch wieder da wiiiih nein du bist mein Bogen hab ich mir da ach so das stimmt bis da ja 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 ja